Am Arsch, Alter, wenn ihr jetzt 10 Tagen langs geht, hat er im Maul. Ich hasse diese TikToker, die einen auf, oh, jetzt machen wir ja auch bei 10.000 Likes alle. Fickt euch alle, ihr TikToker. Pure Ratte, glaube ich, alles. Ich habe einen Kuchen. Ich habe einen Kuchen. Das war's für heute. Alter, was geht hier ab? Aber wird irgendwie nie langweilig hier, ne? Hier, halt hier. Nicht so schnell. Gesundheit. Nicht verstanden, Alter. Aber ich finde deine Aufmachung geil. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Danke, ebenfalls. Hey, jetzt werde ich deine Seele wegen der Aktion nehmen. Du schickst den Küssler in den König. Deine Seele gehört mir her. Komm schon. Welche Seele willst du nehmen, wenn du keine mehr zu kriegen hast, aber jo? Die Nüchterchen. Ich brauche ein bisschen Geld, ja. Dann frag mich doch, ob du ein bisschen Geld haben möchtest. Dann frag mich doch, ob du Geld haben darfst. Frag mich doch einfach. Darf ich überhaupt Geld haben? Nee, ich habe auch kein Geld. Du kommst mir her, wenn ich fragen darf. Nrw. Krass, Alter. Da kommt mein ehemaliger Schwiegersohn her. Dein Schwieger, oder? Ehemaliger Schwiegersohn. Ich komme aus Essen, ja. Wie hatte ich eigentlich gepasst? Nein, Spaß. Wieso hast du diese Platine hinter deinem Hund da? Weil das besser auszieht als mein Gesicht. Ach, wir Ausländer, wir leben wie Luxus. Wir kassieren sehr gutes Geld vom Jobcenter. Ich habe mich schon mal mit Scheiß eingeschmiert. Mit Scheiß eingeschmiert? Geil. Ja, ich habe mich schon mal mit Scheiß eingeschmiert damals. Was? Oh, wo lebt denn ihr, Alter? So, Hälserei? Hallo.